Hallihallo meine Freunde, heute gibt es wieder eine Runde PUBG, ich habe wieder einfach die Aufnahmen laufen lassen, während ich gezockt habe, mit einer Streamerin, Marie alias Mino Ralu und Juli war noch ein anderer Zuschauer, der auch noch mitgespielt und Ricky ist einer, den wir aus Versehen über das Matchmaking dazubekommen haben, das haben wir aber ein bisschen spät realisiert, aber der trägt auch einen ziemlich guten Teil dazu bei und ich fand die Runde eigentlich sehr, sehr lustig und vor allen Dingen sehr cool, was der zufällig zugewiesene Spieler macht, also viel Spaß damit. Und dann habe ich den Staubsauger wieder geholt und dann, ja, dann war es das, der letzte Tag für die Spinne, aber boah, die war so groß. Du weißt, dass Spinnen nicht sterben in Staubsaugern? Doch, eigentlich schon. Ne, ich glaube nicht. Ne, die überleben das Feinsaugen, aber die kommen halt nicht wieder raus, so einfach. Ja, glücklicherweise. Oh, Ach, Spinnen sind gar nicht so schlimm. Boah, ne, geht gar nicht, ey, mit ihren langen Beinchen und... Ne. Du musst halt ein kurzen Beinchen ziehen. Ne. Wo gibt's denn Auto-Kinos? Nicht Auto, sondern Outdoor-Kino. Zum Beispiel, ja, ich auch, aber... Open-Air-Kino quasi im Park. Baden-Elbwiesen in Dresden. Hat eine richtig geile Kulisse für Outdoor-Kino. Kann ich jedem auch fehlen, wenn man hier vorbeischaut. Meinst du, Blaine? Das ist ja voll das gute Team werden, ich weiß nicht. Der Ricky fährt übrigens mit, äh, mit dem Auto durch die Gegend. Ich weiß nicht, wo er ist, weil er fährt einfach mit dem Auto durch die Gegend. Ja, aber du rennst dein eigenes Ding. Ja. Mega nice. Äh, Juli, du rennst einfach mal ohne anzusagen weiter. Ja, ne, ich würde nur einmal da vorne rüber gucken. Der kommt zu uns. Da, ob ich da irgendwie so sehe. Ja, der kommt zu uns. Weil ich hab halt gar nix. Deswegen wollte ich einfach im Kopf davon erstatten, irgendwas. Ja, wir können auch dahin wieder laufen, noch ein Stück Richtung Gelb. Aber ich glaube, hier vor uns könnte jemand sein. Wenn ihr gar nix habt, ist das kacke. Ja, dann... Also... Können wir machen, aber... Ja, dann lasst du Gelb laufen, oder? Kann schon weit weg. Ja, ach... Oder wollt ihr Grünen erst noch mitnehmen? Wir versuchen jetzt mal Grün, oder? Sieht irgendjemand öffnen Türen? Ich nicht. Ich gerade auch nicht. Von daher, Grün. Der fährt nicht zu uns, der fährt nach Georgopol. Sie sieht eine Spinne, ich schubst Marie um und lauf weg. Also, ich hab so... Hab das Handy in der Hand noch gehabt. Weil ich dachte, okay, ich versuch... Noch gar nix gefunden, also... Ähm... Einfach nur so ein bisschen wach zu bleiben. Äh... Dann aber mit dem Handy in der Hand halb eingeschlafen. Ich hab ein Chic-Pad für die Car. Ich würde auch irgendwas nehmen, ist eigentlich egal was, weil ich so... Eigentlich, wenn die... Die doofe Schrotze hab. Ich mag den nicht. Wenn die Car ja nur für Mino ist, dann ist ein Sniper. Oh ja! Ich hab noch kein Visier dafür, außer ein Holo. Ist ne Pfanne! Wenn jemand... Ich hab nämlich schon eine, aber hier ist ne Pfanne. Ich hab ja noch ne UMP. Mino, kannst du dir mal die Car abholen? Oder Juli? Mir egal. Eine von euch beiden. Joa, ich komm so holen. Wo bist du? Hier liegt noch ne... M16. H4. Weil's jemand... Ben, soll ich zu dir hochkommen, oder was? Ja bitte, weil hier liegt die UMP, die ich mitnehmen will. Ja. Ich komme. Ach ne, das heißt einfach Outdoor-Kino. Das war schön, weil es war super warm und wir saßen dann auf Decken und so. Das war ganz cool. Oh, na klar, geil. Wobei ich vom Film zugegebenermaßen irgendwie so gut gar nichts mitbekommen hab, weil wir die ganze Zeit so geredet haben und so. Die Tinnen in der Garage. Ja, hier bei mir halt... Keiner, wie ich das hin soll. Aber der... Der Ricky lebt noch, ne? Jetzt guck ich mal auf die Karte, was der macht. Der ist ein Georgiopol looten. Joa, hier ist auch ein Secret für Karabiner. Oder wir warten halt einfach wieder ab und spielen auf Sieg. Ich war letztens nachts auf dem Friedhof zocken, was machst du denn nachts auf dem Friedhof und zockst da? Okay. Was? Nintendo Switch Mario Kart spielen. Das ist super gruselig, alles in Kombination. Also, dass du überhaupt nachts auf dem Friedhof bist, aber dann auch noch da zocken. Boah, zieh bitte dieses Schild, äh, dieses Schirt aus. Zeig Schild. Das heißt gut. Ja, weil du aussiehst wie ein Schirr, äh Schild, ja. Mein Gott, jetzt hier. Schild, Schirt, lass doch rüber. Und, ja. Wegen. Oh, shit. Ich würd sagen, wir müssen hier rein. Egal, ob jetzt hier jemand ist oder nicht, wir müssen da rein. Ob wir wollen, oder nicht. Die Türen offen? Hier liegt ne SKS, Jungs. Ja, aber gut. Türen sind nicht offen, ne? Hier drin ist alles so. Ja, nimm ruhig, da kann ich die Karabiner nehmen. Also die K, wenn du willst. Ja, aber ich mag die persönlich, glaub ich, lieber als, also, ne, ich mag die K halt nicht, weil die hat immer nur diese Einschussfunktion, ne? Wir haben noch einen Suppressor, SMG, oh. Wer... Nehm mal die K raus und ich nehm die SKS dafür. Wer macht mir jetzt nen Hof? Ich hätte nen Vierfach. Oh, Entschuldigung. Wie gesagt, ihr könnt gerne auf Nahkampf gehen. Ich bin halt nicht... Nimmst du SKS? Dann hab ich auch für dich das Haus. Klar. Ich hab die Karabiner. Ich hab die SKS genommen. Die Karabiner. 120, bitte. Ja. Feuerwerk! Ah, wobei, jetzt. Ah, ich nehm natürlich jetzt mit beide Waffen. Ja, warte, warte, ich heb dem bisschen was zurück. So viel bräuch ich nicht. Ah, schwick'n Feuerwerk. Ich hab ihn nur nicht getroffen. Weil ich grad natürlich nicht drüber nachgedacht hatte, dass wir beide meiner Waffen... Boah, Dankeschön. ...hin mal Chips holen. Oh, Ricky hat inzwischen Schaden bekommen. Ja, der ist AFK gegangen, glaub ich. Oder der... Der dudet sich ja tot. Im wahrsten Sinne des Wortes. WTF? Der ist außerhalb der Zone Ewigkeit. Ja, Sportmanagement hab ich unter anderem zum Beispiel. Hm? Der random lootet sich grade wirklich tot im wahrsten Sinne des Fotos. Echt? Guck mal, wo er ist und welche... wie viel HP er noch hat. Mann, der bewegt sich... der ist AFK. Nee, 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 bewegt sich von Haus zu Haus. Der bewegt sich definitiv. Ja, ja. Es leckt nur, weil er so weit weg ist. Ah. Das aktualisiert extrem langsam. Mit Ranzoom siehst du, dass es immer wieder dick, dick, dick sich bewegt. Yo, yo, yo. Jetzt fährt er sogar wieder. Was? Oh, der hat sich geheilt. Oh shit, der ist da oben, ey, ehrlich. Ja, der fährt jetzt mit dem Auto wieder rein. Oder Motorrad oder womit er auch immer fährt. Ja, ja, Kurt. Das ist richtig gut. So, ihr wollt jetzt snipen im Idealfall, ne? Mhm. Äh, ja, mit dem Rücken nicht so geil. Achso, okay. Marie will snipen im Idealfall. Jaaa. Also, ihr könnt euch aber überlegen, wo wir jetzt hinmachen. Ich will gar nirgendwo hin kacken. Also, wenn wir es schaffen, wäre hier ein geiler Spot hinter der Kirche. Das ist eine coole, wo man sich schön reinlegen kann und eigentlich in alle Richtungen ziemlich gut abziehen kann. Boah, ich hasse die Kirche. Okay, dann, okay. Okay, dann nicht. Ausgeschieden. Ja, kann man machen, klar. Ich meine, nur ich es nicht mag, aber... Man muss halt nur da, wenn man oben ist, ist cool. Wenn man halt da oben schon jemanden hat, dann ist es scheiße. Ja, dann komm, look. Ja, dann ist es extrem scheiße. Musik-Camperkirche. Wir können sie einfach besuchen. Wir müssen halt erstmal da hoch. Ich mag diesen Berg hier auch nicht, diesen komischen Notberg. Natürlich habe ich auch unsportliche Freunde planen. Kann keinen sehen. Gerade mit einem Vierfachscope mal kurz... Aber ich habe nicht in den Turm, ich habe nur vorne in diese Kuppel geschaut. Ich will auch gar nicht in die Kirche. Da oben, da oben drauf ist es ziemlich dumm, weil dann wärs doch ein Silbertablett für... Ja, in den Turm komm man eh nicht rein. In den Turm, ja, kommst du nicht rein, stimmt. Beziehungsweise fällst du, glaub ich, in... Du kannst, glaub ich, reinspringen und fällst du halt runter. Hat keinen Boden. Ja. Ja, genau. So. Man kann sich nicht reinstellen. Ich meine diese Kuhli hier, wo ich jetzt drin bin. Carbide, in was hast du die gemacht? Du willst einfach nur hier bleiben. Wir müssen nur die Richtungen aufteilen, sozusagen. Ja, irgendwo, wo ich wahrscheinlich am meisten sehe. Hier nehme ich, wa? Norden am besten. Weiß ich nicht, ja. Ja, unser Mate kommt. Ja. Oh nein. Wir überfahren uns jetzt nicht und erschießen uns nicht. Das wär beides cool. Ach ne, ein Buggy. Er hat irgendjemand von euch den Voice-Over? Nee. Test? Ja, trotzdem. Cool. Ja, man hört dich. Sonnig. Echt? Hi Ricky. Bis zum Shooters. Okay, er legt sich mit her. Nice looting by the way. Take, take, take. Take. Was sagt er? Take? Ja, der hat vierer Scopes für uns. Holy! Okay. Thanks to your Lifesaver. Und Mad Kid hat er übrig. Ich hab mir einen Vierer schon genommen. Wie ein krasser Dude. Das hab ich ja noch nie erlebt. Fand es immer total kacke in irgendeiner Art und Weise diese Leute mitzunehmen. Jetzt mal ehrlich. Aber... Der hat sich gerade ein bisschen in meinen Hatz getradet. Wollt ihr noch irgendwas haben? Davon der hat noch ein First Aid Kit liegen. Kann halt nicht reden. Ich hab das ausgestellt, aber... Ich hab noch gar keinen First Aid Kit. Kannst du einen First Aid Kit wiederholfen? Einen von uns haben wir nicht. Oh, okay. Welche Tassisten sind da? T. Du brauchst einen Vertical Foregrip oder einen Extended Mag für den Asphalt Rifle? Okay. Ähm... Ähm... Schnazt nicht. Okay. Am Ende kann er Deutsch. Aber ich glaub nicht. Ich hab sie nicht so an. Where are you from, man? Russia. Aha. Ja, nur Russe. Ja. Reviat. 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 Rollt er sich? Ja. Er ist schon ein bisschen cute, ne? Ja, ist ein bisschen cool, ja. Ja. Ich hab einfach eine coole Leute, die das machen. Ein bisschen Angst, dass in der Kirche jemand ist. Soll ich mal gucken gehen? Wenn du Eier hast? Alles klar, ich geh gucken. Haha. Lass ich's nicht zweimal sagen. Das wär aber echt bisschen... Das stimmt. Ein bisschen strange. Oh, hier ist noch ein bisschen Ammo. Na, die können ich natürlich mitnehmen. In der Kirche hat niemand geloodet, würde ich behaupten. Die liegt noch eine M4 noch rum. Die war keine Sau. Äh, ich glaube... Doch, doch, doch. Ich... Ist da noch Muni dabei? Äh... 5 und 6er Ammo ist dabei. Ja, weil ich überlege, weil... Ich ja AKM und SKS hab und die ja beide 7 und 6er nehmen. Äh... Ich... Aber... Das ist egal. Ja, ich glaub doch, dann hol ich mir die. Dann kann jemand von euch die AKM haben, wenn er will. Okay. Die Schuss hab ich natürlich mitgenommen, ich schlau Kopf. Ich leg's wieder hier hin. Oder am besten noch ein bisschen mehr. Äh... Wer hab ich denn insgesamt? Wo kann man denn hier rein? Vorne bloß, oder was? Hm. Tatsächlich kann ich hier nur 60 droppen, weil es ist nicht nur die Hälfte von denen. Ach, jetzt seid ihr alle da. Jetzt kann ich auch da hin. Ne, wollt ich eigentlich gar nicht. Ich wollt wirklich nur kurz gucken. Wo? Ach, dahinter. Ja, ganz hinten. Ah, dann halt die jetzt erlangt, die Stellung hier. Sooo. Halt mal die Stellung und pass auf, wo irgendjemand angesprintet kommt. Ach, Riki hat's dir auch bewegt, okay. Jetzt ist halt schwierig, ne? Aber das geht ja eh alles auftraut. Dann guck mal, ich hab noch mal viel was gehabt gefunden. Oh krass. Das soll ich wohl nehmen dann. Wenn das übrig ist. 195. Running. Ja, ich sag irgendwo was. 195. Rennen welche auf ins Zoo. Das ist im Nordwesten. Ne, nicht im Nordwesten. Drop. Der sitzt hier im Busch. Mensch, Riki. Machst du ja richtig unsichtbar, du. Ich hätte gar nicht gesehen, wenn ich nicht wüsste, dass du da sitzt. Am Drop haben sie gemeint. Oder der kommt im Drop, glaub ich, meint er. 195. Der sitzt echt gut, ey. Der einzige Busch hier in der ganzen Umgebung hat er sich gesnackt. Am Drop sind welche, ja. Ich schieße, ich hab nämlich... Ach du, der ist schon down. Ich sag mir den Kill. Meiner. Hallo Roneschchen. Sula hab ich gehalten. Ähm. Aus Osten kommt ein Auto angefahren. Genau auf mich zu. Oh, ich hab ein riesen Problem, Jungs. Oh, ja. Ich bin auch hier, also keine Sorge. Die wollen den Spot nehmen, den wir dort gerade hatten. Aber ich bin über den. Einen rausgeschossen. Der ist schon. Riki, der legt hier los, ey. Ja, ne? Mein Gott. Was, dein Blut. Ist das Kugel noch, oder was? Die sind an der Halle im... Ähm. Hall am West. Wollen ja den rausgeschossen. Dahinter drauf. Wenn der 556 ammo hat, ich melde an. Ich hab grad diesen viel verballert. Hier im Frachscope. Nice. Äh, alter Jau. Ähm. Ganz viel. Ich komm zu dir. 121 Schuss sind noch drin. Ja, ich komm zu dir. Ich würd sagen, wir legen sie in die Kuh, oder? Ja, bei der Halle. Ja, bei der Halle. Also denke ich, haben sie angehalten. Dahinter sind sie auf jeden Fall gefahren. Wir müssen auf die Zone achten jetzt. Ja, der Ruki randt schon vor, ey. Der ist schon vorne drin. Ja, der ist sicher das für uns. Oh shit, es kommen genau 5 Leute auf uns zu. Oh, ich werd beschossen. Es kommen 5 Leute auf uns zu. Direkt auf 195. Süden. Die laufen direkt auf die Kirche zu. Ich mag nicht. Ich komm zu euch. Uns Leute ist aber komisch. Wir müssen aber noch zu uns. Ja, 4 Leute. Sorry. Aber es sind auf alle Fälle eine Menge. Von wo kommen sie? Und die laufen direkt 195. Süden halt. Die von der Stadt. Wir müssen aber, wir müssen in die Richtung. Ruki ist jetzt schon Richtung Dingens. Okay. Also ich weiß nicht, aber die sind halt da in die Richtung gelaufen. Hier hoch halt zur Kirche. Problem ist ja sicher, dass wir in die Richtung müssen. Ich weiß nicht, ob der Watchtower ist hier noch drin. Ich weiß halt nicht, wo genau hier ist. Oh, da schießt einer von der Dingens. Ausgenockt. Ruki hat ihn gekillt, sehr schön. Teamwork. Bulls. Bulls. Ehrlich, das ist der erste Dude, wo ich mal persönlich sage. Ja, nice. Der ist auch relativ gut, glaube ich. Das ist kein Bullshit. Ich geh hier in die Watchtower rein erstmal, wenn ich Deckung hab. Habt ihr die gesehen? Sind die da noch irgendwo? An der Halle. Äh, im Westen. An der großen, welblich Halle. Die Graue. Ja. Dahinter haben die angehalten. Ruki ist ja mega nah dran an den. Jaja. Ja. In Angar. Oh, wow. Den hören wir immer noch schon. Ja, wir wissen schon. Aber, danke. Oh, da hat jemand eine Schall gedämpft. Ja, SKS. Wo hast du denn einen getötet? Einer ist auf dem Dach, glaube ich. Bei Süden, auf dem Haus. Da war gerade noch die Tür offen. Ich sitze zu. Wenn ich mich nicht irre, kann sein, dass ich... Ne, da ist einer drin. Unhit. Fuck die Zone. Fuck. Ich liege jetzt nicht richtig. Krass. In dem Haushalt. Bei 150. Gerechnet das nächste Haus. 150. Achso. Das ist genau gegenüber. Genau gegenüber. In dem Haus. Ist einer drin. Achterscope hast du gefunden. Jo. Also, wenn du es nicht willst. Ach, da oben auf dem Berg habt ihr ja gesehen, ne? Aber der ist, glaube ich, gerade umgefallen. Wir müssen auf die Zone achten. Ja, und wir haben ja Klaus noch welche. Flicky hat einen guten... Naja, der rennt da auch wieder zu uns, glaube ich. Der rennt da in die Halle rein. Die rennt da halt rum ohne Ende. Renn nicht, komm mal hoch. Lass mich mal vorbei kurz. Achso, du brauchst das achtfach selber, oder? Nein, ich nehme das Achter nicht. Hier, nimm. Oh. Ich brauche einen Doppelvierer. Totaler Quatsch. Dona. Ja, wir müssen. Aber wir haben die Typen halt noch close, ne? Ja. Da, die kommen raus, die kommen raus, die kommen raus. Vorderausgang raus. Einer down. Einer ist noch oben drin. Einer noch oben drin. Kommt raus. In die Richtung. Guck mal, das ist total falsch. Wir können trotzdem rennen. Wegen Zone. Die macht ordentlich Schaden jetzt. Ja. Wir sind auf der schnellen Seite. Ich hab eigentlich nur einen, die gekillt. Hier die Füße nur. Ich bin nicht geschossen. Von den Häusern aus, glaube ich. Ja, ich glaube, du hast den, der da unten sitzt. Das ist, glaube ich, getötet. Unten. Ach. Und oben vom Berg. Ja, ich hab ein Problem. Wir haben gar keine Deckung. Hinlegen und robben. Was? Was? Zumindest die von oben. Äh, die, die in der Nähe sind nicht hier. Eigentlich müsste ich fest, dass wir zum Stein zukommen hier vorne. Ja. 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 Fuck. Ich hab mich erstmal hingeschossen. Fuck. Wir müssen laufen. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Kann höchstens noch reinkriechen oder so. Vielleicht, 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 vielleicht. Aber von links, von links. Ah, ne. Die Zone, die rippt mich. Und jetzt. Die rippt mich auch. Die rippt mich auch. Fuck. Wenn ihr uns nicht aufheben könnt, sind wir gleich tot. Äh, ja. Kommt ihr rein? Ich bin drin, aber ich bin halt hier mitten auf dem Feld, ne. Ja. Egal. Ich versuch's trotzdem. Oben auf dem Berg. Ich wurde gekillt. Ja. Rikki, gib ne Sekunde. Mach das, mach nicht. Nicht zu mir kommen. Nicht zu mir kommen. Das ist Quatsch. Kann nicht. Ja, aber... Die zählen auf mich. Auf dich. Nein. Winner Chicken, Winner Chicken, Winner. Easy. Was? Rikki, du bist der Mann. Holy shit. Jawoll. Wo kommt der denn jetzt her, der Sieg? Ich hab's gar nicht gerafft. Der ist, glaub ich, jede Wege an der Zone verreckt. Weil die mitten auf dem Feld war. Da ist es halt doch noch. Ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz reinzfilmen. Was zur Hölle. Ehrlich? Da. Wir haben gesagt, wir spielen bis zum Chicken Dinner. Da ist es. Holy shit, ey. Richtig gut. Aber vor allen Dingen... Ist es jetzt wirklich, weil die alle an der Zone einfach... Wahrscheinlich schon. Ich hab nicht drauf geachtet, was unten kam, aber... Oder die haben's einfach gegenseitig getötet, weil ich glaube ich... Der Schlapp, der Ricky, der hat richtig was gegeben, ey. Der hat... Der hat's echt gut positioniert, vor allen Dingen. Der war echt gut, ja. Der hat echt... Schwierig... Den hätt ich gerne öfter als random. Ja. Ahhhh... Aber solche Leute findest du halt so unfassbar selten. Tja. Wenn ich den jetzt per Steam adden könnte, ich glaub ich würd'n sogar adden. Ja. 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 Ja.